Abgetaucht nach Volvo erwartet euch ein farbenfrohes Korallenriff. Zwischen den Korallen wippt Onesta, das Kugelfischmädchen, zu ihrer Lieblingsmusik, wenn sie nicht gerade die Natur erforscht oder mit ihren Freundinnen und Freunden eine Runde Unterwasser-Rugby spielt. Um nach einer anstrengenden Partie wieder aufzutanken, schlürft sie genüsslich einen Meeresfrüchte-Smovie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017